Ah, das war eine geile Zeit. Oder hier, das eine, warte... Shit, ich hab voll vergessen, dass ich noch was von Kleinerzeiger holen muss. Ich komm mit. Nee, das lohnt sich nicht, das ist nur ein paar Häuser von hier. Aber hier, Dings ist doch extra deinem Wegen gekommen. Deshalb haltet ihr es doch trotzdem fünf Minuten ohne mich aus, oder? Ich bin gleich weiter, okay? Unterhaltet euch gut. Schöne Pflanze. Danke. Was ist das für eine Gattung? Plastik. Cool. Jan, richtig? Ja. Komm schon, Janik, sag was. Irgendwas. Irgendwas. Hm? Äh, willst du was trinken? Äh, nein. Nix ist schon ganz schön lange weg, ne? Ja, schon... 30 Sekunden. Komm bestimmt gleich wieder. Ja. Okay, das war's. Ich muss hier weg. Dringend. Vielleicht könnte ich... Ich geh mal kurz aus... Aus neuer... ...Klo. Okay, beruhig dich. Nick ist gleich wieder da. Du schaffst das, Janik. Lass mal ein Like da, wenn ihr euch auch schon mal ein Badezimmer für Besuch versteckt habt. Okay, wie lange kann ich hierbleiben, ohne dass es awkward wird? Fuck, wenn ich länger als ne Minute weg bin, dann denkt er bestimmt, dass ich... Wombatskacken und Würfel forme. Fuck! Pferde können nicht kotzen. Äh, Haie auch nicht. Mein Gott, hat's funktioniert? Okay, komm schon, Janik. Was kann noch nicht kotzen? Denk nach. Kühe, Igel... Willst du jetzt was trinken? Ja, Wasser, bitte. Ich hol' ne Kurzflasche aus der Küche. Ich hol' ne Kurzflasche aus der Küche. Wasser, hab's gefunden! Das Wunder der Berge. Natürliches Urmeersalz. Und du so? Magst du auch... Salz, Jan? Ich heiß' nicht Jan. Was? Ja, ich bin Jonas. Und warum hast du dann vorhin Ja gesagt, als ich dich gefragt hab, ob du Jan heißt? Keine Ahnung, ich hab irgendwie nicht nachgedacht. Ja, das kenn' ich. Ja, und außerdem wollte ich nicht, dass es unangenehm für dich ist, dass du meinen Namen vergessen hast. Ja gut, aber Nick hat ihn ja auch noch einmal erwähnt, also das kann ja schon mal passieren. Ja, aber wir kannten uns ja vorher schon. Was? Jonas, du bist echt der Coolste, ey! Ich sag' dir, Jonas, die besten Partys, die finden immer im Badezimmer statt. Ist immer so. Wenn ihr euch auf Partys nicht mal im Badezimmer verstecken wollt, um eure Social Batteries aufzuladen, dann shopper auf dem ersten Denker der Videobeschreibung vorbei. Oh, aber... Jonas! Lass uns unbedingt in Kontakt bleiben, okay? Tut mir leid, das hab' ich voll vergessen. Äh, kein Ding. Ehrlich, das passiert mir öfters. Dass du vergessen wirst? Ja. Oh Mann. Ey, ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Ich meine, ich wünschte, du würdest jetzt auch nicht unbedingt wissen, dass es mich gibt. Ja, tell me about it. Hier zu sitzen und Smalltalk zu halten, ist die Hölle. Sollen wir es sonst einfach lassen und einfach unser Ding machen? Okay. 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 Ach, shit. Was, ich dachte, du wolltest dich mit Nick treffen? Nee. Nicht so richtig. Als er mich gefragt hat, ob wir abhängen wollen, ist mir doch einfach keine bessere Ausrede eingefallen. Ich geh' noch kurz pipi, dann bin ich bei euch. Wie wär's mit? Kein Bock? Nee, so cool bin ich nicht. Außerdem will ich ja nicht, dass er denkt, dass ich ihn nicht mag. Aber du magst ihn nicht. Doch schon, aber sehen muss ihn jetzt auch nicht direkt. Okay, ich verstehe. Say no more. Was hast du gemacht? In ein Bad eingeschlossen. Was? Ja. Jetzt mach schon, lau schon ab. Ich denk mir irgendwas aus. Danke, Mann. Gar kein Ding. War ja nicht ganz cool mit dir zu stehen. Willst du das mal wiederholen? Auf gar keinen Fall. Gut. Ich auch nicht. Aufnehmer Wiedersehen. Bye. Bye. Gannik? Ja? Ich komm nicht aus dem Bad raus. Ja, zu viel Schoki macht Verstopfung. Lass dir Zeit und schau dir ein Video an. Nein, ich mein... Indem er versucht, Hannah rauszufinden, wer ihre Schoki gegessen hat. Die Badezimmertür geht nicht auf. Ach so. Ja, ich komm schon. So. Komm raus. Hast du mich eingesperrt? Was? Wie denn? Wir haben doch gar keinen Badezimmerschlüssel. Und was ist das in deiner Hand? Ein Schlüssel? Oh mein Gott. Ich hab den Badezimmerschlüssel gefunden. Ein Wunder. Wo ist denn Jonas jetzt? Äh... W-w-w-wom-womberkacken in Würfeln. Wusstest du das? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w